Ihr sucht Orte für Bergspiritualität zum Wandern in den Bergen oder tolle Gottesdienste im Freien oder ihr sucht Möglichkeiten mit dem Rad unterwegs zu sein oder ihr sucht vielleicht auch Möglichkeiten Stille zu erleben in tollen Häusern. All das haben wir hier im Angebot auf unserem Stand hier bei der Freizeitmesse FRI. Macht euch auf, kommt zu uns, Halle A5 Stand 407 bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Einmal die Seifenblasen. Ihr findet unseren Stand auch auf der Freizeitmesse in Nürnberg vom 22. bis 26. März diesen Jahres. Kommt doch einfach mal vorbei.